ein wunderschönen guten tag oder guten abend wünsche ich euch zu einem neuen projekt ja ich bin herausgefordert worden oder beziehungsweise bin in die challenge gerufen worden hey dodo hau mal das ein let's together oder let's play rein dieses spiel und da die leute wissen dass ich ein absoluter angsthase bin haben sie natürlich mich auserwählt aber challenge für euch bei sagen wir mal wir fangen mal klein an bei 25 likes ist der nächste teil und mike also was gerne mal ein like und ein abo da und jetzt wollen wir aber nicht zu lange labern jetzt starten ich packe mich mal hier unten hin die größe passt eigentlich für euch eine neue schicht also kurz vorab ich habe mich nicht erkundigt ich habe ein paar erzählungen bekommen ich habe es ab und zu jetzt auf tik tok und so angezeigt bekommen aber ich weiß halt fast nichts also es ist noch besser für euch eine neue geschicht mal schauen was da passiert wir wollen ja mal gucken was was der nette herr oder die nette dame arbeiten muss ich bin so glad es ist almost over congratulations thank you i'll never understand why you chose such a macabre field there's nothing disturbing about it it's just that i'm proud of you i really am you come so far so you haven't told me what's next will you get a job they actually have everyone they need but my old teacher mr delver transferred me to his office to finalize my internship there oh well that's good i remember you mentioning him where's he located are you moving away from me no i'm not moving he's actually located around here river fields oh rebecca i don't like that grandma even i've heard things about that place just be worried about you make up stories death is a scary thing to a lot of people and we try to explain things we don't understand and we want comfort when we lose someone we love i mean no one's embalming any ghost bodies or whatever it's fine right right i'm sorry but i wanted to give you this anyway so here i i i don't know if i want that just take it please it should be yours anyway thanks all right enough spooky stuff i'm so proud of you when is all this happening when do you start i've actually been there for a few weeks now my review is tomorrow okie dokie das war jetzt schon mal eine gute einheitung ich ich bin mal gespannt der sound und so weiter die kulisse das das macht halt schon einiges aus jetzt bin ich langsam durchsichtig das ist aber nicht der sinn der sache all right here we go all right all right also meine erste schicht ist wohl ja hallo oh kaffee kaffee ist wichtig trinkt ihr kaffee trinkt ihr sonstige koffeinhaltige getränke also ich ernähre mich meistens von kaffee kaffee ist gut also passt dieser beruf schon mal oh seid ihr ähm wie sie gehörte von mr duffley ahja oh perfekt ähm ah da ist es rebecca ich habe vergessen dir das zu geben bitte nimm einen stift vom tisch und unterschreib es danke so wie viel glück ähm woher alles klar vielen dank ja kurz hallo hallo ahja ähm ähm ok war jetzt falsch das war jetzt falsch das war jetzt falsch flagge es ist Ähm... Ja. Hallo? Ja. Äh, nimmt einen Stift, äh, und schreib es. Danke. Ja, schön. Und dann zurück. Ja, wie, wie... Ah. Oh, wow. Okay. Alles gut. Alles gut. Es hat funktioniert. Der liebe Dodo hat sich einen doof angestellt. Ähm... Das ist aber eine nette Begrüßung, ja? Also... Wir gehen nie mal. Ah, ja. Sexy girl, sexy girl. Ah, hier ist der Kasten. Das ist gut. Ja. Ah, Frischluft ist immer gut. Rebecca, great, perfect timing. Muss ich den jetzt wirklich die ganze Zeit angucken? Hallo? Ich möchte gerne hochgucken. Okay, das ist mit der Steuerung, das ist ein bisschen... Ah, ja. Mal rein, Lut. Mal rein, Lut. Mal rein, Lut. Was hast du gesagt? Ich soll sie waschen? Eine Checkliste. Klemmbrett. Ein Klemmbrett für Formulare und den Überblick über die Arbeitsschritte. Ein Klemmbrett. Klemmbrett. Was? Hmm. These old windows never stay latched. Oh buddy. Okay. Okay. Jetzt hab ich's waschen. Hm? Ich glaub, hab ich mal was gesehen. Okay. Climb on in here and put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. We'll get started. Eh, p-p-p-p. Also, taht drauf. Was? Ich hab nichts gesagt. Alles gut? Ja. Ich bin gut. Sorry. Ah, okay. Oh, oops. Ah, ja, ist gut. Ah, ja, ist gut. Ah, fertig. Alright, I've set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Everything's on your list there if you need it. Ah, yeah. Ooh. Ooh. Oi, 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 oi. There we go. Alter Falter. Gute Nacht, meine Liebe. I'm missing something. Ah, so. Ah, yeah. Oh. Alright. Okay. Ah. Hmm. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Oh. 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 Oh, my God. Oh. Oh, my God. Ich habe etwas missen. Ich kann das hier nicht benutzen. Ich kann nichts anderes halten. Pumpe einschalten und... ...siedeln. Anfalt! Anfalt! Oh! Puppuppuppuppuppupphpum! Oii! Oii! Da geht's. Duuuuud. Ich sage dir was. Was? Ich sage dir, ich gehe aus. Ich gehe von hier. Du bist sicher? Ich habe gerade hier. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Tschüss. Einfach zu krass. zu krass. Ich meine, ich hab mich die ersten paar Sekunden ein bisschen erschreckt, ja. Ähm. Ah, es geht noch. Also es ist jetzt nicht zu heftig, aber wahrscheinlich kommt es halt alles erst noch. Ja. Aber wie gesagt, bei 25 bis 30 Likes macht Mike out. Also, ein paar Sachen überfallen. Das ist nicht ein großes Problem. Nein, ich weiß, es war nicht meine Schuld, aber er hat mich nach Hause direkt nachdem. Ich bin einfach wirklich Angst. Er hat mich heute zu finalisieren. Und er hat gesagt, er würde, richtig? Ja. Also, das ist ein gutes Problem. Ja. Es ist einfach nicht so, dass er es bedeutet. Wie, er hat es gesagt, um mich aus dem Geburtstag zu holen. Wait a second, ich habe eine andere Telefon. Hallo? Hey, Rebecca. Es ist Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Oh, look, if I did anything wrong today, just... No, no. Uh, I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm just not feeling too well. That's, uh, actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, uh, yeah. Uh, are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Uh, thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Uh, where are my keys? Up, 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 go. Du, 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 du. Ach, nein. Was muss ich auch noch? Oh, nee. Hey, jetzt habe ich ein Grünes, oder? Head to the back and get started. Ah, Kaffee. Hallo? Was ist denn das? Hallo? Kaffee ist Grundnahrungsmittel. Mach das jetzt da rein. Ach. Hallo? Hallo, Rebecca. Herr Delver! Herr Delver, ich brauche Hilfe. Someone ist außerhalb der Mortuary. Just try to stay calm. Ich weiß, du bist Angst. Ich werde die Tür in einem Moment. Was? Das ist sehr schade, aber hör mir. Wir müssen sofort beginnen. Ich bin sorry. Ich wusste nicht bis es sich wusste heute Morgen, dass es hier war, dass es hier ist, allein zu dir. Ich hatte keine Weise zu wissen, dass die Verzüge hat angefangen. Was? Look, das ist nicht lustig. Stop. Du musst das ernst nehmen. Du musst das ernst nehmen. Du musst schnell reagieren. Das ist verrückt. Ich werde einfach weg. Ich werde einfach weg. Du kannst nicht weg, Rebecca. Ich kann das nicht für dich oder für andere. Das ist viel zu gefährlich. Das kann nicht wahr sein. Okay. Okay. Das ist so schade. Es ist nur ein bisschen schade für die neue Frau oder so. Ich bin ja. Und mach sie. Ich bin ja. Ja. Wer tut das so etwas? Okay, hör auf. Entschuldigung, aber das ganze Sache ist extrem... unprofessional. Wenn das so wie Sie die neue Hörer behandeln können, dann kann ich nicht für Sie arbeiten. Das ist nicht lustig. Rebecca, du musst mir nicht glauben, aber ich hoffe, dass du das, bevor es zu late ist. Der einzige Weg, um sich zu retten, ist, um den Demon zu verabschieden, bevor du zu weit weg bist. Um das zu tun, musst du lernen, den Demon zu lernen. Bind ihn zu seinem Schönen Körper, und es in der Reaktion. Schau, ich weiß, dass das viel zu tun ist. Ich wünsche, dass ich mehr für dich tun könnte. Ich hatte Jahre zu lernen, was ich weiß. Du hast uns. Ich habe ein paar Kassetten, um dich zu verabschieden, dass es ein physischer Objekt mit einem Kennenboden zu verabschieden wird, um dich zu verabschieden. Ich werde nicht wiederholen werden. Du kannst nicht glauben, die Phones zu verabschieden. Alles kann sich verabschieden. Listen zu den Tafeln. Learn die Demon's Name. Burn die richtige Körper. Die wichtigste Sache in der room ist in dieser Kabinett. Open es auf. Good luck, Rebecca. Sorry, das hatte zu passieren. Das ist verrückt. Whatever. Just be the professional one, grab a body, and get started. The Night Shift Database. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Oh, Jesus. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known. Allowing you the information to guess its name, and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a position to vanish a demon to hell, it must be bound to its chosen body, and burned. The three objects in this cabinet, are your tools. First, the clay tablet in the center, is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration, will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf, are a special reagent, that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious, or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right, are called leading strips. It must inscribe the sigils of its name in our world, to begin the evocation. You will need to uncover these sigils, to use them. Hold a leading strip up, while wandering the marshals. I already have one of those. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. The demon will inscribe its sigils over time, to try and hide them. So check regularly. Once you uncover the sigils, use the night shift database, to decide which demon you're dealing with. And use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the return. We can just say, okay, we'll pack them just now. And pack them in the same way. Super. Geil. Freut mich. What about you? What about you? What about you? Have I got a bag? No. Ah, yeah. Das... Persönlich gefällt mir das alles nicht. Das ist... Oh, nee. Oh, diese langen Gänge. Hallo? Hallo? Rana? Lea? 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 Lea, Lea? 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 Alsósil? Lea? Wo ist denn mein Wagen? Achso. Stimmt der. Der ist ja da vorne. Dero? ... Ich kann schon wieder nett hochgucken. Es ist so ein Kack. Nein, Böse. Du kannst mir an meinen Po... Ich muss ein wenig. So, hallo. Hallo. Hey, 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 hey. Hallo, komm schon. Komm schon. Okay, wir schauen dich aus. Ich finde es besser, wenn die Türen zu sind. Ihr auch? Ja, perfekt. Check dich aus. Also, buddy. Wir untersuchen dich hier first mal. Ich kann das hier nicht nutzen. Zumindest kann ich das berühmtes Klemmbrett halten. Abgeschrieben. Abgeschrieben. Nicht nett. Überhaupt nicht nett. Screw this. Ich komme zurück zu arbeiten. Das ist so dumm. Das war jetzt halt überhaupt nicht nett. Oh, fuck. There we go, there we go. Ach so, that's right. Ach so, that's right. Neue Akte. So, am Kopf hat er nichts. Rechte Schulter hat er das. Linke Schulter hat er das. Ah, der hat schon einiges. I need to file the copy up front. I can't hold anything else. I can't hold anything else. It's time to embalm. I don't have my clipboard. So. Okay. Ja, ja, ja. Das ist wie vorher. Ich drücke immer das File. Das ist ein altes Haus. Hier kann nichts passieren. Das ist ganz normal. Alles in Ordnung. Das ist ein altes Haus. Ah, das ist ja. Das ist ein altes Haus. Oh. Hallo. Hallo? Okay. Um... Also... So... Ah... Leck mich doch am Wo ist der Lichtschalter? Wo ist der Lichtschalter? Mano, 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 mano Hör jetzt auf! Sei freundlich! Alter Fall, da hab ich mich erschreckt So, das sieht gut aus, jetzt bräuch ich die Schläuche Aber irgendwas fehlt doch noch Irgendwas fehlt noch Oh nö! Ich weiß, was fehlt Ich weiß, was fehlt Okay, es kann ja nichts passieren, ich bin eine Superdoktorin, mir ist das alles egal Ich hab alle bei Ding Dong, hallo Alter Falter Das ist nicht alles Hä, Reinigerbasis? Hä? Ach, geh mir doch nicht auf Ich habe schon eine von diesen Ich habe schon eine von diesen Ich habe schon eine von diesen Nichts anderes Ich muss manchmal ein bisschen aufpassen Also besser aufpassen Erstmal klein brett prüfen So, ähm Einbalsamierungsflüssigkeit in Pumpe mischen Die Flüssigkeit fehlt mir Ja Wo hat die denn nochmal? Äh Die Flüssigkeit Deine Das war's für heute. Oh nein, hat die schon wieder das Licht ausgemacht. Jetzt, was willst du denn von mir? Hätte ich lieber die Frau nehmen sollen, oder was? Bist du da hinten jetzt rausgekommen? Ey, du! Wir machen 50-50. Du nimmst ihn und ich geh. Och, lecke mich doch am Arsch. Hallo? Oh Mann! Hallo? Hallo, Rebecca? Rebecca? What the... Du bist doch safe im Nachbarraum. Was soll das? Wieso? So. Ähm. Reiniger. Das ist Reinigerbasis. Und soll es mit irgendwas mischen. Aber mit was? Ich kann das hier nicht nutzen. Ich kann das hier nicht nutzen. Für die Reinigung von Einbalsamierungs mischen. Ach, Reinigung! Warte, da bin ich ja viel zu weit schon wieder. Äh. Ähm. Ja, aber ich will ja nicht reinigen. Ich brauch jetzt noch... Einbalsamierungsflüssigkeit in Pumpe mischen. Ah, ja! Das ist jetzt vielleicht zu fällig. Irgendwas. Irgendwas. Hä? Es ist alles drin. Aber in welcher Pumpe denn? Ach. Ja. Manchmal bin ich so doof. Wirklich. Ich habe etwas verloren. Ich kann das hier nicht nutzen. Ich kann das hier nicht nutzen. Ich versuche es irgendeiner Zuごmesen. Ich versuche es, das nicht zu Backgrounden. Ich habe zu不会 mówieren. Ich werde mich nicht dazu. Ich gehe jetzt mal aber! Hallo? Ich prüfe jetzt mein Klemmbrett. Ein Bitte nix machen in der Zeit. Danke. So. Ein Leeres Infektion. Da war ja auch was. Oh mein Gott. Was bist denn du jetzt? Als ob ich dir jetzt hinkomme. Ich muss da hingehen oder was? Muss ich da hingehen? Och nö. Ich bin ein Leeres Infektion. Ich kann hundertprozentig heute Nacht nicht mehr schlafen. Hier geht's. Oh mein eigener Schatten. Einen Moment. Ich stell mich ganz kurz hier in die Ecke. Klemmbrett. Äh reinigen. Oh nein. Nein. Hey schäse. Hey schäse. Hey ja. Licht ist ab. Duplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplpl so das habe ich gerade gemacht feuchtig ums ob das gesicht geben leiche in die kühlung zurück ja so feuchtigkeits hallo all right ich bin mir ganz sicher dass er erst ist nein es fängt wieder so an mit dem schwimmer und dingern komm schon dreh doch mal da Typen brenne dich brenne dich oh nein mr. delver brenne dich brenne dich brenne dich brenne dich äh äh okay ähm ja ihr habt verkackt aber trotzdem bedanke ich mich erstmal für die Folge haut rein bis zum nächsten Mal und ihr werdet ja sehen ob ich es wieder bin oder ob Mike Peace out